Hey Ho, Freunde der Tee-Welten. Hey Ho, hier ist Newtie und Tick-Tack-Toe. Der Mann, der man in sein Headset pustet, der sein Headset abgelegt hat. Yay. Ich jetzt auch aufnehme 3, 2, 1. Okay, Hände, auch auf. Wir sind hier mit einer weiteren Runde Tee-Welts. Wie gesagt, ohne Headset. Weil wir zu dumm dafür sind. Und wir spielen Run-Guy 25. Die 25? Ja. Du musst ein bisschen lauter reden, weil du wirkst so lassen. Ich vergesse die 25. Er dachte schon, ich vergesse die 25. Nein, was? Also, ähm. Ich hab das sehr lange nicht mehr gespielt. Seit er angefangen hat zu spielen. Und das ewig her. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Doch, ich hab's in der Aufnahme davor gespielt. Aber, äh, das gilt ja nicht. Aber die, die Aufnahme davor, die ist fair geworden. Das Ding haben sie weggemacht. Ja, also, er hat über sein Mikrofon von Headset nicht aufgenommen. Und das war halt ein bisschen mein... Wenn er versteht, was ich meine. Wenn ich dann later das Video so testhalbe... Nein! ...sehen könnt, was ich meine. Wenn er versteht, was er meint. Okay. Ja, du bist der kleine Koblenz. Ich bin der kleine Koblenz. Ich bin der kleine Koblenz. Okay. Äh, wusstest du, dass Kron Teebles spielt? Ach, klar. Es ist so. Guckst du nicht seine Livestreams? Was? Es gibt sie doch die guten Teebles als Let's Player. Also vom Gameplayer ist jetzt nicht gut, oder? Äh, keine Ahnung, ich hab's nicht geguckt. Es wurde mir berichtet, dass er im Livestream... Ähm... Eine dunkle Legende. Nein, es ist so. Oh, das wurde mir so erzählt. Von vertrauenswürdigen Quellen. Quälen. Quälen. Ja, und er müsste das Spiel eigentlich Famer machen, weil es ist ziemlich schade, dass Teebles so wenige Leute spielen. Kommt sich vor wie in so einem Dorf hier. Teebles ist echt ein bisschen unbekannt. Äh, aber ich find's so ganz chillig so als Dorf. Nein, das ist überhaupt nicht chillig, weil... Also so... Es wär endgeil, wenn er so ein paar... ...official... ...so professionellere Let's Player... ...wären, dass es so richtig viele Videos wären, dann kann man das gucken hier. Das gibt's eigentlich... ...also von Teebles gar nicht. Oder so Hunger Games. Ja, ich arbeite grad an Hunger Games. Ich bräuchte noch jemanden, der da zum Mod schreibt. Ich frag kann Finn. Ja, ich frag Finn. Der kann's aber nicht. Der wollte in die Trage gehen. Finn ist ein Lappen. Finn ist ein Lappen. Finn ist ein Lappen. Guckt der das? Weiß nicht, ich kann sein. Nein, der guckt auch nicht. Der guckt das nicht, oder? Finn, du bist ein Lappen. Finn, du bist ein Lappen. Wenn du es dir anguckst, bist du ein Lappen, wenn du es nicht anguckst, dann bist du auch ein Lappen. Okay, hoff mir mal, der guckt's nicht hier an. Wenn du es dir zweimal anguckst, dann bist du ein Lappenverdacht. Okay, also jedenfalls... Wenn du denkst, du hast dich verhört, dann bist du nur ein Lappen. Okay, also, ähm, wir, weiß ich, und er, vielleicht auch, Neue Tee, was sagen sie zu diesem Thema? Ich hatte einen, 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 okay, nein, also, ähm... Ja, aber die Aufnahmen davon waren so geil, wir haben sich ja zehn Aufnahmen gehabt, also... Ja, er ist erst ein bisschen leise geworden. Er ist noch ein bisschen überhaupt. Gar nicht. Geht es los? Ja, okay, dann werden wir nicht mehr zu... Na jedenfalls, ich finde es sehr, sehr traurig, dass T-Rolls and Dorf ist und so ein paar Official Games, also so Spiele und so Beste und dann findet man real life auch Leute, die das spielen. Und das wäre einfach richtig, richtig geil und wenn ihr das auch findet, dann liked dieses Video, damit es bekannt wird, nein, ähm, liked die Facebook... Ja, liked die Facebook-Page und, ähm, damit das Spiel bekannter wird und erzählt es all euren Freunden und Eltern und Omis. Und, äh, am besten geht ihr auf www.german-minecraft-zc.com. Ja, ähm, slash T-Rolls-Famer machen. Slash, äh, kauf bei Amazon und donate gleichzeitig ein T-Rolls. Ja, genau. Ja, das ist so eine Seite, ähm, wenn du, wenn du dir was auf Amazon kaufst, was du siehst, so ein Computer oder irgendwas, was mit Zocken zu tun hat, ist automatisch die Hälfte davon ein T-Rolls-Gespelle. Ja, es kann vielleicht auch sein, dass der Computer halt doppelt so teuer ist, aber das ist nicht so schlimm. Aber das ist für einen guten Zweck, es ist für ein Computerspiel. Okay, wir hängen hier ein paar zwölf, äh, elf. Ich hasse ihn. Er ist schlimm und deswegen werden wir jetzt diese Aufnahme beenden. Okay, Leute. Gar nicht, ich nehm' weiter auf. Er nimmt weiter auf, ich hör' auf. Ciao, haut raus. Oi, du bist so ein Dixer, ey, ich muss grad hier ficken und du machst jetzt bitte ein hinter den Kulissen. Was? Nein. Ein hinter, soll ich das jetzt hochladen so, oder was? Ja. Ey, wie, 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 hey, wie behindert, ey, niemand lädt hinter den Kulissen hoch. Von nicht von Let's Place. Was, dann sieht man hier, was scheiße ich spiele. Wenn alles nicht... Hallo, hinter den Kulissen ist endgültig. Da sehen, wie scheiße du eigentlich bist ohne deinen Schiller-Bot. Alter, nein. Ich glaub' gar nicht hinter den Kulissen hoch. Das ist echt scheiße. Doch, du bist ein Witz. Ich kann mich doch nicht ohne, ohne Bot in der Öffentlichkeit tragen. Und ich kann mich doch nicht ohne Bot in der Öffentlichkeit zeigen. Aber doch, ich. Welcher Part-Chiller-Dreggen? Oh ja, ich bin schon Part.